Die schleswig-holsteinische Landespolizei bekommt neue Gewehre. Das Modell wird zusätzlich zur Pistole im Streifenwagen mitgeführt und kommt zum Beispiel bei Fahndungen oder Großkontrollen zum Einsatz. Die Waffe vereint alle Vorteile der alten Modelle in einem System. Sie kann weiter schießen, Zielen und Treffen ist einfacher und es kann Zubehör wie eine Taschenlampe angebaut werden. Sie hat ähnliche Packmaße, das hört sich jetzt so trivial an, ist aber wichtig wie die alte Waffe, sodass sie auch gut wieder in die Fahrzeuge reinpasst, dass man nicht da alles umbauen muss. Sie ist ganz schnell einsatzfähig. In den kommenden zwei Jahren sollen alle alten Modelle durch die neuen Gewehre ersetzt werden.